Was ist jetzt alles genau, was du machst? Das ist Social Media. Wir können sie dann ihre Zeugrufe aufs Netz laden, um miteinander zu chatten. Alles dann? Das ist alles vom Bund, das ist eine gute Zeit. Social Media. Ein solcher Seich. Walter! Du hast Walsch erzählt. Wenn du schon mal dabei bist, wollen wir doch eins zusammen trinken. Ich nehme den Käse, gell, Mut? Nicht? Ja, und Vater kann ja sicher auch nicht nehmen. Oh ja. Also, aber ich nehme ein Gläschen. Prost, Mut. Prost. Auf die, auf die Erfolg, Christoph. Ja. Also, wenn du so etwas machst, dann bist du fort vom Feister. Los, fertig. Ja, ja. Das sei genau der, was ich abgesagt habe. In die Frühpension geschickt. Wir können es doch schön haben, zusammen. Nein, Vater, du bist los, du musst zurück zum Start hier. Schau. Gehen muss ich. Ja. Gehen noch mehr. Du musst jetzt hier die Stöcke ab. Nein. Ich sage hier, wie es geht. Ich sage... So. Ich mache doch nicht mehr. Ich bin müde einfach. Na, natürlich. Ach Gott, Patelli, ich mache nicht mehr. Jetzt ist fertig. Schluss. Ich gehe raus. Ich gehe nicht mehr. Gute Nacht, Mut. Ich gehe nicht mehr. Ari ist weg. Ari ist weg. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Was machst du für Dinge? Du hast recht. Ich bin raus. Ja, klar sind wir raus. Komm! Komm! Komm!